So, Freunde der Nacht, ich habe ein wenig gespielt, ja, ich bin ein Dämmler, könnte man auch sagen. Ich habe nach dem letzten Mal spielen nicht gespeichert, und habe dann jetzt gerade nochmal eine Runde Poker gespielt, wodurch ich einfach mal 26 Jubelmünzen gekriegt habe. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass mir jetzt nur noch so 4 bis 9 Münzen fehlen, um in der Handlung weiterzukommen. Ich wollte mich jetzt aber mal hier umsehen. Vielleicht gibt es hier in diesem DLC noch mehr irgendwelche interessanten Dinge. Ich meine, man bekommt bestimmt auch noch durch mehr Sachen Münzen, außer durchs Pokern. Ich habe wirklich nur eine Runde gespielt und habe 26 Dings gemacht, das ist der Wahnsinn. Eigentlich hätte ich das aufnehmen sollen. Gehen wir mal hier rein. Chocobo-Rennen muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist das Chocolina? Ja, hello, Püppi. Ich werde euch sagen, wie wir uns kennen. Bereits für das? Ich weiß, ich glaube, ich habe wirklich viel Zeit für all das gerade jetzt. Die Leute kennen mich als die Choco-Amazing-Choco-Lina! Ich bin der größte Choco-Rific-Trader der ganzen Welt. Hast du wirklich vergessen, wer ich bin? Du bist in der Intersektion, wo eventen von dem Vergangenen führen zu eventen von dem Vergangenen. Ich brauche deine Hilfe, und du kannst du nicht sagen. Also, was sagst du? Huh? Hmm, in diesem Fall, wie geht es nicht? Wie böse er ist! Ja, du kannst sie mit dem, wenn du willst! So, du willst mich finden die Choco-Boat-Chicks, und zurück sie zu Sicherheit? Warum dauert du so lange, um zu dem Punkt? So, wie willst du reagieren? Of course, meine Prinzessin! Oder, als du möchtest! Ja, ich denke, ich gehe mit, wenn ich wirklich muss. Und ich habe eine soft-spot für die Kinder. Und ich habe meine Sonne, so ich weiß, wie du fühlst. Du bist immer so kind, als ich erinnerst. Huh? Okidoki-Doo! Ready, set, search! Okay. Ähm... Jetzt dürfen wir Chocobo-Küken suchen. Ist ja cute. Ach ja, was ich jetzt nicht verstehe, wenn das... Ach Gott. Also, ne? Ach egal. Wir reden da später, weil ich verstehe jetzt irgendwas nicht. Und ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil ich habe jetzt die ganze Zeit gebabbelt, während ich gepokert habe, und... Ach, jetzt ist mein Hals trocken. So, jetzt geht's mir besser. Na, ich weiß, trinken während eines Let's Places total unprofessionell. Ist mir egal. Ich darf das. Ich bin aber Lenya. Ich rülp's ja immerhin nicht. Doch, ist alles in Ordnung. Ähm... Sieht irgendjemand von euch hier irgendeinen scheiß Küken? Boah, wenn das jetzt ist, so die Nadel im Heuhaufen zu suchen, ne? Dann krieg ich ja mal einen Rappel. Komm, red dich mal mit Pinky. Ne, Lila. Oh, die ist Lila. Lila ist hübsch. Hm. Das heißt, hier rein können wir nicht. Das heißt, irgendwo hier müssen jetzt tatsächlich diese scheiß Chocobo-Küken sein. Ich bin ja untröstlich. Ähm... Seht ihr da was? Ich geh hier nochmal rein. Vielleicht hab ich das erste ja hier schon übersehen. Ha! Ich mein, das wär's ja. Ich weiß. Jetzt sehen wir schon wieder den tollen Ladebildschirm. Aber... Ladebildschirm vor Swin und so. Äh... Ne, hier ist auch nix, ne? Wobei ich sagen muss... Sag du nur mal was. Na. Na. Schokolina kann die Hinweise über den Verleib einiger Schokoküken liefern. Ja. Na. Guck mal, er kann springen. Wie geil ist das denn? Das hab ich jetzt erst gesehen. Oh mein Gott. Mein Herz. Hahaha. Das müssen wir jetzt gleich nochmal testen. Ey, das ist saucool. Das ist ja super versteckt. Ich weiß ja echt nicht, was ich sagen soll. Ohhhh. Es schaut dich mit einem verträumten, schönen Federkleid an. Schöne Federn hast du. Wahnsinn. Ja, dann komm mal mit. Ohhhh. Ohhhh. Ist das süß. Komm mit, du kleines, süßes, hübsches Ding. Na, 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 na. Kommst du wohl her? Brav. Und jetzt rein da. Da. Das ist irgendwie pur weg. Wenn man das so sagen kann. Oh, da. Da sitzt er jetzt. Und wo ist das nächste? Den eitlen Horthy bei Schokolin abgeliefert. Ne, Jubelmünze halten. Ja, großartig. Weiter geht's. Über das die versteckende Küken. Ja. Über das die versteckende Küken. Ja. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Ja. Ich bin verwirrt. Naja, fernab von Menschenmassen. Das wird ja wahrscheinlich vorne auf diesem Podest sein. Quasi jetzt direkt um die Ecke. Oh, das läuft mir jetzt tatsächlich hinterher. Ja, ich hab's gewusst. Oh. Das Küken versucht den Blickkontakt mit Seth zu vermeiden. Es scheint sich wohl... Äh. Oh. Ja, dann nochmal. Es scheint sich vor Scham verstecken zu wollen. Ich hab keine Angst. Komm mit mir. Komm Zeit, kommt Rat. Hm. Das war's auch nicht. Ich hab keine Angst. Aber warum denn Scham? Warum sollte man Angst haben? Hm. Dann nehmen wir jetzt die letzte Dialogoption. Die war richtig. Oh, ist doch süß. Ja. Wundertoll. Den introvertierten Sloth als Gefährten gefunden. Ja, super. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Also, die Sprunganimationen haben sie echt gut gemacht. Also, find ich jetzt... Na, jetzt rennen schon zwei da rum. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Gleich hab ich ein ganzes Rudel Schokobobibis am Popo. Komm mal her. Ja. Ja, ist okay. Ich hab das gemacht, was du möchtest. Und jetzt... Über das wanderlierende Küken. Was war das jetzt für ein Tipp? Hm. Ja, irgendwo wird der Knirps schon sitzen. Weil ich mein, die sind ja jetzt nicht unbedingt, ähm, wimmelbildartig versteckt. Die sind ja eigentlich schon recht, ähm, offensiv. Offensichtlich. Oh! Da hinten war's. Dieser kleine Schlingel. Kommst du wohl her? Ey, was hast du denn du für ein Tempo drauf? Ich hab dich. Das Schokobobobküken hat ungestimmt in der Gegend rum. Äh, es rennt Richtung Kartentische. Komm zurück her! Ah. Gut, dann wollen wir mal hinterher. Müsst du wirklich nur drei Küken sammeln? Das ist ja dann schon fast langweilig. Da ist dieser kleine Floh. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Ey, das ist halt echt ein Happy Lappy, oder? Alter, mit der Kamera, ne, ist das sowas von... Ich hab's. Das Schokobobobküken rennt wie wild in der Gegend rum. Es rennt davon. Ja, am Arsch! Ist jetzt rausgerannt? Hm, sieht fast so aus. Dann wollen wir mal gucken, wo dieses kleine Ding jetzt hin ist. Also sowas finde ich lästig. Besonders, weil das echt schnell ist. Ich mein, Sas gehört jetzt nicht zu der schnellen Säute. Immerhin ist er schon alt. Ne? Wo ist es hin? Ja, das ist die Frage. Da! Ja, ist okay. Es rennt in Richtung Rennbahn. Das ist am Ende seiner Kräfte. Oh, geht doch. So, dann mal zurück zu Choco Chica. Wow! In einem coolen Flug oder so. Naja, toll. Jetzt müssen wir die anderen beiden da jetzt nicht diskutieren, sondern... Ich glaube, es sind wirklich nur drei. Na, komm mal her. Super. Und jetzt? Oh Gott, da kommt noch mehr. Über die Turtel-Täubchen. Ähm, war ich jetzt nicht richtig informiert, dass das Chocobo-Küken sind? Und jetzt sind Babys schon ineinander verguckt? Ich glaub's ja nicht. Ja, ja, die Japaner. Sind die Babyküken sich da schon am... Mö? Knickknack und so. Oh! Die sind ja schwer zu finden. Der einsame Neid wird von einer Aura von Trauer umgeben. Und was sagst du? Mhm. Okay. Also wieder hier hin. Mhm. Ey, bleibst du wohl hier? Kleines Arschkind. Okay. Okay. Neid da? Ne. Ah. 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 Ich sch trzyzen.